Moinsen Leute und herzlich willkommen bei einer weiteren Online-Betal in Warhammer? Und ja Leute, wir befinden uns nach langer Zeit mal wieder in Warhammer. Und ja, manche mögen sich denken, hä? Hat er nicht mal gesagt, das Spiel ist scheiße? Hat er nicht mal gesagt, das lohnt sich nicht? Ja, das hab ich. Aber Leute, ich hab von vielen gehört, ich sollte das Spiel nochmal ausprobieren. Und auch unter dem Infovideo stand, dass ich mal als Samstags-Shit-Folge rausbringen soll, dass ich dieses nette Spiel spiele. Und ich hab mir gedacht, komm, wagen wir uns mal wieder ran. Als der Spieler letztens nochmal mit Conny gespielt hat, hat das schon relativ viel Bock gemacht. Also denke ich mir, komm, probierst du es hier nochmal aus. Ganz die Idee nochmal gönnen. Und ich hab keine Ahnung, was ich hier aufstelle. Versuch gerade meine alten Peros-Armeen aufzubauen. Ja, mir fehlen jetzt nur die Schützen. Da hätte ich gerne nur Musketen. Nehmen wir nur das mit und dann noch zwei von denen. So. Wir haben jetzt noch keinen Hexen-Legend dabei. Das heißt, Helden kriegen wir nicht down. Aber an sich sollte die Armee passen. Wir haben halt nette Demigriff-Nights. Und ja, Leute. Die Frage, warum Warhammer? Äh, das ist eine wichtige Frage. Weil, ihr habt halt geschrieben, ich soll zum Ausbilden. Also, hab ich mir auf jeden Fall gedacht, ich mach das. Oh, ich hab kein Pferd. Ja. Nicht gerade sehr gut, kein Ross zu haben. Ich hätte gerne, ne, Pegasus nicht. Ich hätte gerne Schlachtross. Gut, ja. Können wir nochmal Fähigkeiten zuweisen? Hier, Fähigkeiten. Wadern wir denn mal zu. So. Warum halt wo immer? Ähm. Abgesehen davon, dass ihr es wolltet, hab ich mir gedacht, komm. Probiert das Spiel nochmal aus. Weil, ähm. Warhammer wird von euch nicht gemocht. Das weiß ich. Äh. Seit dem ersten Tag, wo ich's hochgeladen hab, hat jemand den Kopf. Ich weiß noch, das war beim ersten Video. Ich meinte, hat jemand drunter geschrieben. Och, ne. Warum denn Warhammer? Und ich dachte, okay. Spiel ist seit drei Sekunden draußen. Aber, ich würd's auch direkt hassen, wenn ich du wäre. Ähm. Nein. Kann man nachvollziehen. Ich war einer der YouTuber, die das Spiel als letztes bekommen haben. War ein bisschen problematisch, weil dann viele Leute das Spiel schon nicht mehr sehen konnten. Und, ja. Ähm. Was kann man zu W1 mal sagen? Sie haben mega viele Sachen dazu gefügt. Mir fällt gerade auf, es sind irgendwie so zehn neue Kampagnen, vor denen halt fünf das Gleiche sind, weil man startet an dem gleichen Punkt, nur hat einen anderen Fraktionserführer. Was bedeutet, man hat andere Spezialeinheiten. Das heißt, ein paar Einheiten werden ausgetauscht und durch neue ersetzt. Wie sich das in der Multipli einfügt, keine Ahnung. Ich hab nicht ein einziges DLC. Äh. Besitze auch leider nicht die Reichweite im Creative. Deshalb hab ich jetzt fragen, ob ich das mal testen dürfte. Und. Deswegen hab ich keine Ahnung. Deswegen werd ich jetzt so auch nichts sagen. An sich haben, ähm. Ja. Werden jetzt viele sagen, ja. Du hast das Spiel doch gehasst. Warum probierst du aus? Ja. Was ich noch klarstellen möchte. Ich hab ja mal gesagt, das Spiel ist scheiße. Das hab ich mehrmals gesagt. Und ich sag es auch in diesem Video. Was bedeutet das, wenn ich sage, das Spiel ist scheiße? Warte kurz. Ah ja, ich muss mich rausbanden. So. Was bedeutet das? Das bedeutet... Ist mein Bildschirm da dreckig? Gehört das hier dazu? Dieser schwarze Punkt hier? Gehört der dazu? Ich glaub schon. Na gut. Was bedeutet das, wenn ich sage, ich spiele das Spiel scheiße? Ich finde, dass von allen Total Wars, die je rausgekommen sind, Warhammer, vor allem zu seinem Release, mit Abstand das Schlechteste war. Das wollte ich immer damit sagen. Von allen Total Wars, die je rauskamen, ist das hier zu Release. Okay, ab, ab... Ja, ich formulier mich schon wieder falsch. Ähm... Es ist 10.000 Mal besser als, äh... Scheiß Swarm 2 zu seinem Release. Und es ist auch 10.000 Mal besser als Empire Total War zu seinem Release. Weil eins müssen wir in diesem Spiel lassen, Leute. Es hat einfach keine Bugs. Ähm... Bug-technisch ist das Spiel... Einfach nur... Boah! Äh... Spiele-Feature addend, wie... Ähm... Diese neuen Völker, unterschiedliche Spielweisen. Das Spiel auch richtig gut. Mit dem Spiel mangelt es meiner Meinung nach an Content. Ja, es sind, äh... Sehr unterschiedliche Nationen, weswegen man sagen könnte, es ist okay, dass nur wenige dazu kamen, weil es sind ja unterschiedliche. Aber... Naja... Es hätten meiner Meinung nach noch ein paar mehr sein sollen. Ich vermisse die Elfen. Egal ob Hoch, Wald oder, ähm... Dunkel-Elfen. Ich vermisse ein bisschen mehr den Chaos-Fokus, was die Dämonen angeht und so. Und ja, das sind ja generell so ein paar Sachen, die da... Die da nicht mit eingreifen. Generell hätte ich es gut, wenn die Imperiumsfolge noch ein paar verschiedene Roster hätten. Und nicht nur eins. Oder... Oder eine hat ein leicht unterschiedliches, wenn ich es jetzt richtig gelesen habe. Also da fehlen halt echt schon mal ein paar Sachen, wo ich mir denke, ja, das kann man einfügen. Der konnte das Spielfehls hat. Aber... Es ist halt einfach... Es war halt einfach, als wir es gespielt haben. Ja, nettes Spiel, aber mehr noch nicht. Es kann sein. Das hat mir auch schon Corny prophezeit. Wenn du dem Spiel ein oder anderthalb Jahre gibst, dann ist es richtig gut. Und sobald dieser Warhammer Teil 2 Fragezeichen rauskommt, dann ist das eine mega geile Erweiterung. Das lohnt sich richtig hart. Und ähm... Ja, wir werden sehen, ob sich das lohnt. Ähm... Ich gebe dem Spiel jetzt erstmal eine Chance. Hab unglaubliche, was ihr hier sehen könnt. 42 Spiele. Ich bin schon nicht wundern, dass hier alles so klein wirkt. Oder generell, wenn ihr euch schon wundert, hä? Warum ist das hier alles so komisch? Äh, ich spiele eine 1440p. Kann ich euch hier kurz nochmal zeigen. Kann ich... Darf ich nicht? Äh... Ne, ich spiele mit 1440p. Äh, no. Hä? Was ist das für ein Junge? Hä? Was ist das für ein Junge? Na gut, äh, Jon Snow. Du weißt wohl wirklich, ne? You know nothing, Jon Snow. Ähm... Ne. Oh, warum wollte ich gar nicht schicken? Ja genau, 1440p. 1440p-Monitor habe ich jetzt. Äh... Ist sehr geschmeidig. Damit zockt es sich richtig gut. Und ja, ich hab mir gedacht, wenn ich schon den PC dafür habe, damit zu zocken, dann kann ich auch gleich damit aufnehmen. Äh, für die Leute, die einen 1440p-Monitor haben, die werden halt jetzt schon halt die Auflösung drin haben. Im Notfall, falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr es jetzt machen. Für alle, die drunter sind, ja gut. Habe ich gesagt, dass ihr das in 1440p bekommen könnt? Nein. Ist eine leite Sache. Ich weiß gar nicht, ob sich das überhaupt auf richtig krass auswirkt, nachher auf die Full-HD-Qualität, wenn ich das nachher auch in 1440 gerendert habe. Interessante Frage. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt einen riesigen Sprung machen sollte. An sich kommen jetzt die nächsten Videos auf in 1440. Nur wenn ich merke, dass ein Spiel die Aufnahme damit nicht mag, dann werde ich mir denken, komm, machst du es in 1080. Hä? Gut, äh, wir haben einen Noob gegen uns. Äh, ja. Ich habe die Reichweite, das heißt, ich werde ganz geschmeidig mich erstmal aufstellen. Ähm. Ich würde sagen, wir nutzen mal den Hügelvorteil aus. Ich, ich glaube, das Battle jetzt so hoch, wie es ist. Ich möchte meine ersten Impressions vom neuen Tod von Warhammer, immer, was halt nur ein bisschen bearbeitet wurde, zeigen. So. Lassen wir direkt herunterlaufen. Oh, wie das aussieht. Mein Name ist Demi Griffin-Knight. Alter, diese Kamera, die geht halt immer richtig schön drunter. Guck dich das an. Ich liebe es, wie die springen. Ich muss immer noch sagen, als ich damals das Spiel angefangen habe, das ist einfach einer der Hauptkampfkünder gewesen. Ich liebe diese Laufanimation. Das sieht mega lustig aus. Das ist richtig gut. So, was hat er da? Er hat ein paar Spitzhacken, Boys. Hat er Artillerie? Hier, Feldgeschütz. Ist das besser? So, in ziemlich allen Belangen ist es besser. Seine Reichweite ist scheiße. Und, ja, Angriffsbonus interessiert. Er kann, seine Reichweite ist schlechter. Merke ich mir. Merke ich mir. So, wir könnten diesen Felsen aus unserem Vorteil nutzen. Dann kann uns da keiner richtig angreifen. Wenn wir schon Reichweitenvorteil haben, dann stellen wir die Kanonen mal hier so an die Flanke. Du gehst dann ganz normal dahin. Vor allem... Was macht der Junge da? Ich check es nicht. Na gut. Ähm... Lauf mal los. Du läufst über die Flanke. Demigriff Knights! Oh, shit, ey. Was machen unsere Demigriff Knights da? Na, wir haben hier ordentlich Zeit aufzustellen. So, lassen wir die hier ganz... Stellen wir die ganz offen dahin. Warum denn nicht? So, du gehst ein bisschen näher nach links. So, wie sieht das hier vom Hügel aus? Weil wir... Eigentlich das Gute ist, wir können jetzt über unsere Männer drüber schießen mit der Kanone. Das ist sehr, sehr praktisch. Normalerweise muss man die ja immer so ausstellen, dass die irgendwie durch... äh... die Lücken durchschießen können von der Armee oder so. Aber jetzt passt das eigentlich direkt. Na gut. Die Reichweite stimmt. Äh, was versucht er da? Was tut er da? Das klang wie ein Schuss. Ich glaube, der Junge hat keine Ahnung, was er tut. Aber anscheinend ballert die Artillerie da hinten schon. Ballert sie schon? Ja, ich sehe, dass die nachladen. Haben die schon einen Kill? Nein. Bam! Ins Fresschen! Kommt, Artillerie! Feuer frei! Scheiß Zwerge, macht sie weg! Oh, nice! Macht sie weg, macht sie weg, macht sie weg! Sie sind versteckt. Okay. Na gut, auf der rechten Seite hat er jetzt ein paar nette Spitzhackenträger, die nicht klarkommen was. Das wird ein bisschen unangenehm. Aber das Gute ist, wir haben hier, wir werden da extra defensiv spielen, denn wir haben diesen Hügel. Wenn er versucht, über den außen rum zu gehen, dann kriegt er schon auch die Schnauze. Ich würde fast schon sagen, wir stellen hier nur die Bihände auf. Und die halten einfach nur die Leute auf, die über den Hügel kommen. In Quadratformation, das wäre praktischer. Wollen wir doch mal gucken, ob das jetzt hier Spaß macht, ne? So, Musketen sind gar nicht bereit. Ich meine, ich muss mich halt echt nicht bewegen. Es sieht halt nubig aus, sich nicht zu bewegen, aber... Jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Ich habe die deutlich höhere Reichweite. Ich habe generell viel mehr Schützen. Er hat nur einmal Artillerie, ich habe zweimal Artillerie. Er hat keine normalen Fankämpfer, ich habe zweimal Musketen. Warum sollte ich nur auf die Idee kommen, mich zu bewegen? Na gut, wir gehen noch ein bisschen hier rüber, denn hier hat er diesen netten Flussnachteil. Das finde ich sehr schön. So, du gehst nochmal nach da... Nach da... Nach da rüber! Gehst du mal nach da rüber? Ische! Gut, den gendersen wir erstmal da mit seinen Kaff-Einheiten. Oh, da hinten kommen sie ja schon. Ich würde aber erstmal sagen, die Artillerie folgt weiterhin hier frontal rein. Die macht schöne Kills. Das sind schöne Kills. Das sind schon 50 Stück. Man muss ja bedenken, Leute, wir haben die Einheiten deutlich weniger Männer. Wir schießen hier auf Trupps mit jeweils 90 Männern nur und haben schon 50 Kills. Das ist sehr praktisch. Na gut, stellen wir den mal... Na, ich weiß nicht, ob wir die Linie brechen sollten. Geh erstmal zurück wieder. Die Musketen können ja immer noch gut ran schließen. Wir haben einen brutalen Hügelvorteil. Also, er hätte mir den Hügel nicht geben sollen. Hätte er sich normal aufgestellt, hätte ich normal mit ihm gekämpft, aber... Okay. So, komm mal hier rüber. Versteck dich mal da. So. Gut, ähm... Angriff. Obwohl ihr eigentlich defensiv stehen solltet, machen wir das mal. Gut, ihr kommt hier rüber. Hier läuft die hier runter. Ihr greift an. Gut, die Musketen feuern jetzt. Sehr praktisch. Angriff, meine Männer. Oh, wir haben einen schönen Hügelvorteil. Du gehst da rein. So, du gehst jetzt hier in die Flanke. Und du fällst in den Rücken. Sie haben keine Chance, Leute. Guckt euch das jetzt an. Guckt euch jetzt an, wie sie vernichtet werden. Da kommt der Charge. Bam! Ballert mal gezielt den Trupp da weg. So, haltet ihr ein bisschen defensiver. Oh, sie werden einfach alle vernichtet. Nice. Okay, dann damit füllen wir Truppen, äh, so unser Leben auf. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das auf einen Trupp auswirken kann. Oder ob das jetzt, ähm, nur der Gen kann. Gut, die werden sich auf jeden Fall wieder sammeln. Also versuchen wir gar nicht, sie noch ein bisschen zu jagen. So, wir steigen die Einserlinie wieder auf. Äh, du kommst wieder dahin. Demigriff Knights. Kommt mal hier hin. Wir haben gar kein Demigriff Knight verloren. Finde ich sehr praktisch. Na gut, ihr kommt jetzt hoch. Schützen zurück. So, dass wir die Artillerie nicht verdecken. So. Sehr gut, sehr gut. Das ist doch die Artillerie, oder? Runenschmied. Wo ist denn die Artillerie? Sucht die Artillerie doch immer. Ach so, wir haben ja noch mal normale Schwerter hier. Äh, stellt euch mal alle hier auf. Hier, stellt euch einfach hier hin. Ich stelle euch einfach da hin. Oh Gott, wie läuft die, ihr dummen Schwerter? Gut, kommt immer hier runter. Ihr kommt da runter. Hier ist die Artillerie. Gut, dann kommen wir hier hin. Dann mag ich noch hier hin. Schauen wir mal. Gut. Die, ähm, Hele-Baden bewegt sich mal mit Absicht nicht. Gut, ihr kommt hier runter. Na, der öfter, ich habe jetzt echt keinen Bock dagegen sein. Helden zu kämpfen. So, ab da rein. Beschnappst ihr die. Beschnappst ihr die Artillerie. Die ballert nämlich gerade in uns rein. Ja, Jona, ich bin noch wach. Ach, fuck it, Alter. Der Typ greift hier richtig hart an. Alles rein. So, schon mal die Flanke fallen. So, ihr ballert mal in diese komischen Eisendrachen rein. Ich glaube, das sind harte Krieger. Ihr stellt euch den gegenüber auf. Ihr seid mal back up. Ey, was tut ihr da? Schatzt sie alle um? Ihr geht dann hier lang? Ah nein, nicht langgezogen. Für Manöver immer ein Quadrat. So. Ihr geht mal zurück. Eigentlich bräuchten wir euch hier zum Schnitzeln. Oder ihr geht da. Ihr geht mal da in die Eisendrachen rein. So, Eisendrachen rein chargen. Ja, später könnt ihr hier noch die netten Einheiten damit aufräumen. Na gut. Ihr habt, glaube ich, nichts mehr zu tun. Ballert mal auf den Jen. Gut. Ihr geht da lang. Ihr da lang. Ihr wollt nämlich auch auf den Jen ballern, habe ich gehört. Alle raus da. Ihr solltet doch gar nicht mehr stehen. Gut. Ihr müsst zwar back hoch chargen. Oh, ich habe schon fünf Demigriff Knights verloren. Finde ich ja gar nicht nett. So, du fährst den Charge an. Meine Schwertkämpfe haben da nicht so viel Bock drauf. Ist das Gute, dass meine Bieren da hier schon ein paar nette Kills machen. Na gut. Ihr macht euch hier bereit. Rein da. Gebt mir der. Gut. Ah, ne. Er hat jetzt nur Leben auf sich selber ausgewirkt. Also nur sich selber extra Leben gegeben. Gut. Dahin. Warte, folgt mir auf den Hauptgen. Rückzucken wir durch. Ihr sichert einfach nur jetzt ab. Dafür seid ihr perfekt. Die Schwerträger. Okay, versucht mit Einheiten abzuhauen. Fangt sie ab, fangt sie ab. Angriff. Macht sie weg. Nice. Gut, das war es jetzt für euch. Ihr habt da genug gemacht. Jetzt geht es um den reinen Infanteriekampf. Aber ihr müsst so seitlich raus, sonst hängt ihr euch noch auf. Mach sie weg. Mein Infanterie. Die Speere gehen da rein. Die netten Speerträger hier. Ja, warte, wir geben euch mal eine eigene Nummerierung. Ihr stellt euch jetzt einfach mal hier auf. Das hat hier relativ gut geklappt. Nur rausziehen. Gebt man da weiter lang. Gut, das war es jetzt für die Infanterie. Warte, ihr könnt eigentlich sogar reinballern. Hm. Nee, könnt ihr leider nicht. So. Ihr könnt euch mal eben da rum. Jetzt läuft ihr weiter außen rum. Ihr könnt euch diesen neben-Gen schnappen, diesen Runenschmied. Na gut, ich meine, die Zwerge stehen jetzt alle hier drin. Wir müssen echt... Okay, wir machen Musketen vorher in den Rücken. So. Ich habe gehört, man sollte immer ganz lang ziehen. So, ihr geht mal zur Seite. Ihr auch. Ihr stellt euch hier hin, falls es wagt, den Hügel runterzukommen. Dann geht ihr da entgegen. Na gut. Er folgt den Männern. Okay, rückzuck. Lauft. Er läuft den Berg runter, aber dann wird ja doch ein Rücken angegriffen. Na gut. Helabard wieder rein. Das... Ja, damit haben wir gewonnen. So. Also das war ein sehr dummer Schachzug von ihm, alle Truppen daraus zu ziehen. Damit haben wir alle von hinten angegriffen. Ich würde sagen, 91 Männer haben wir verloren. Mr. John Snow. Wissen Sie etwa nicht mal, wie man Armee ihn führt? Ich muss sagen, war ein knackiges Battle. Ja gut, wir haben ihn einfach nur auseinandergenommen. Also ich glaube nicht, dass er Total War schon lange spielt oder so. Er hatte einfach... Er wusste einfach nicht, was er gegen die Lebatten-Meetschild-Taktik macht. Dass ich danach meine Schwellkörper rausziehe und die Lebatten rausnehme. Dagegen hatte er gar nichts. Er wusste nicht, was er gegen die Lebatten auf den Flanken tun sollte. Das war halt nur so ein... Ich schicke mal alles drauf. Lass mal gucken, wie viele Spielstunden hat er. Also das kann in ihm echt nicht kommen. Nee, er ist bestimmt noch neu. Ja, 6,7 Spielstunden. Na gut. Hat sich an sich wacker geschlagen, vor allem für diese 6 Spielstunden. Hat er eigentlich schon... Konnte er relativ viele Basics. Auch wenn ich es komisch fand, dass er seine ganze Zeit mehr auf die linke Flanke gestellt hat. Ich meine, gegen Imperium auf die linke Flanke... Er weiß halt nicht, dass ich nur Artillerie dabei habe und gute Schützen. Naja. Ich hoffe, die Schleute hat das Battle euch mir mal gefallen. Diese Samstags-Schnitt-Falge war natürlich gut. Und, ähm, ja. Oh Mann, das war so Eigenlob, Alter. Die Samstags-Falge war natürlich gut. Oh. Naja, Leute. Eure Meinung ist eure Meinung. Ich habe meine eigene anscheinend auch. Ohne sie anscheinend zu haben, weil... Ich habe das wahrscheinlich einfach so gesagt. Naja. Nächste Woche kommt natürlich ein anderes Spiel. Vorschläge dazu gerne nochmal in die Kommentare. Und ich würde sagen, man sieht sich wie immer im nächsten Video. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.